Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play äh, 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 okay Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play LFS mit mir, den Gameplay und es leckt Das wird sich auch gleich wieder entspannen Ihr wisst bestimmt noch was LFS ist Ich habe mich entschieden, dass wir bei Ich werde von hinten angeschoben Ich habe mich entschieden, dass wir bei 15 Folgen aufhören daten Und ich bin ein Rückwärtsgang Also ich habe mich auf jeden Fall dafür entschieden, dass, äh, 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 ja noch konntest TRS wechseln Das wir bei 15 Folgen LFS aufhören und dann ein neues Projekt starten werden Was ich auch noch nicht weiß, welches Und das steht also auf Karon, das abkommt, soерт ihr Hey! er also zusammenfassend es bleibt nicht mehr bei 15 folgen ja auch die ich habe noch mal Prozent Versteigwerbung Samsung Tablet als sie kann auch die ersten auf die haben jetzt einfach auch mal aufbauen channel der ganze ts hat die ts ip die königern drauf kommen okay dann ist wenn jetzt das video schaut bis sie später wahrscheinlich auf jeden fall ab dem 7.6 2014 ist die neue ip game ludus punkt nitrado ich weiß es ist bei nitradus schützten behindert und ja eventuell so und wie ihr seht habe ich jetzt schon so eine multiplayer auf dem platz das haben wir damals nicht gefunden ja und jetzt habe ich es gefunden die kreis wo auch die kreis kein kommentar also doch im klaren kommentare da unten ich sage nein die euro genau was wollte ich noch sagen er heute ist ja feiertag der 29 29 5 deshalb werde ich heute auch ein bisschen mehr aufnehmen als geplant oder als normal halt grundsätzlich hat einfach mehr aufnehmen damit ich was habe ich ihn vor produzieren und dann geht es heute noch Video Produktion Video Produktion es ist rechth-rechth-links-Roll wir evakuieren wo Ok, mein Kind eigentlich gar nicht evapolieren. Warte, warte, warte. Sorry, mein Mikrograd. Ich müsste jetzt eventuell lauter sein. Das Mikro war irgendwie etwas weit weg. Ich weiß auch nicht, aber ich sehe es schon an meiner Tonspur. Sie ist lauter. Ey, was steht da? Ranzoomen. This pit wall is restricted to team managers and to team personnel only. Ok. Also es geht den Fahrer gar nicht an. Rückwärts. Gang. So. Geradeaus. Rechts, links, bumms, vorne, hoch, runter. Ja. Nicht so schnell. Ja. Hm. Ja. Hm. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Na, hat Spaß. Äh, soweit sind wir noch nicht. Wir sind erst bei 5 Minuten oder 4 Minuten und 50 Sekunden. Ähm. Und ich habe Außersehen gerade. Und. Shit gemacht. Okay. Ähm. Jetzt war das Auto. Ich sag, ich darf gar nicht erdrücken. Letzte Folge habe ich einmal ergedrückt, dann war die Aufnahme beendet. Ich habe das so in Mühe geschmissen. Wirklich mit eher würde man nach rückwärts schauen. Also. In etwa so. Keine Ahnung. Also halt eben Ego Perspektive nach hinten. Und ja. Das wäre halt blöd. Oder? Ja, ja. Ich bin ein kleines Kind. Ohhhh. 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 Ehh. Geil. Ihr müsst euch mal vorstellen. Ich benutze gerade kein bisschen die Tastatur. Ich benutze nur die Maus. Wow. Alter. Alter. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Evakuation. Ohhhh. Äh. Ohhhh. 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 So kann man ein Let's Play gestalten. Ich würde es ihnen aber nicht empfehlen. er hat auch nie oder von gelernt da ich das schon ein bisschen vorproduzieren will eventuell schreibt mal in die kommentare was ihr als nächstes oder neues projekt haben oder sehen wollt zum beispiel mein kraft oder naja sowas zum battlefield ist sowas eigentlich ich weil ich spiele ich war das spieler wirklich jetzt so ernst oder auch nicht so kaut das sei so was nicht oder bezweiß die zwei ist keine ahnung wie man das ausspricht so spiele ich eigentlich ich auch nicht und doch egal youtube gegen die box ok ja wer ist klar auf tss ok unser admin der niels link in der beschreibung game line nach was was erzähle ich um youtube.com slash ich sag immer user mein freund meint ich soll nicht mehr user auf jeden fall youtube.com slash user slash user slash ach so die haben noch gar keine url würde die auf jeden fall mts finden in der lobby beschreibung wenn ihr mal auf tss wer ich habe jetzt noch bis jetzt habe ich noch kein einzig abonnent von mir auf den tss gesehen was ich eigentlich recht recht schade finde ja bisschen blöd und meine stimme schon auf arsch weil ich so viel geredet habe und sorry wegen diesem ausdruck mehr oder weniger gerade und ja genau das wollte ich auch noch sagen ich habe zwei hater ganz ok ihr müsst euch mal vorstellen ich will jetzt wieder mal nicht youtube irgendwie große youtuber halt einziehen aber einfach so als beispiel ihr kennt bestimmt allein gespielt er hat 57.000 abonnenten 9 davon sind hater oder 9 bis 10 davon hater und ich habe 17 16 abonnenten und davon sind zwei hater und hochgerechnet ist es mehr als ungespielt also wenn euch meine videos nicht gefällt dann müsst ihr es mir sagen was ich falsch mache und nicht einfach daumen runter also klar ist schon daumen runter aber schreibt mir doch bitte in die kommentare was euch nicht an diesem let's play jeweils gefällt weil das sonst bringt mich das auch nicht weiter oder ihr mögt mich einfach nicht weil ihr mich privat kennt wie zum Beispiel in meiner schule 2 will ich jetzt nicht nennen aber ja das können die eventuell sein äh haben sie aber nicht rausgerückt ja aber ähm bittesch wenn du jetzt nicht irgendwie aus meiner schule bist oder so dann sagt mir das doch bitte einfach schreibt es in die kommentare oder schreib mir eine mail oder was auch immer ähm m around k also wie gesagt ich werde überholt jetzt habe ich gerade die Tastatur benutzt ich bin schon recht müde es ist ja okay es ist nicht wirklich spät aber ja ja m m m m m m die mit des m herr ich habe jetzt doch nicht aber wahrscheinlich aber nicht vor ludus rp gerade wahrscheinlich auf der S ich kenne ihn auf jeden Fall mal nicht ich habe der versteht hier sieht noch gar nicht lustig m 11 Minuten vor Ort ist es letztlich endlich für meine Abos jetzt haben da hat Spaß hoch ich spiele und ich rede und ich wollte immer nicht rein m 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